Schon zum dritten Mal ist Michael ins französische Dünnkirchen gereist. Hier liegt sein neu erstandenes Erkundungsboot vor Anker. Die Hinder soll ihn zur Untergangsstelle eines Frachters bringen, der angeblich wertvolles Gut geladen hatte. Auf dem Wrack ist Kupfer. Es sollen 160 Tonnen da liegen. Das wäre eine Menge Kohle. Wir müssen uns das holen. Schon jetzt hinkt Michael dem Zeitplan um Wochen hinterher. Noch immer zickt einer der beiden Motoren der Hinder. Trotz diverser Reparaturversuche. Jetzt geht's los. Du bist wirklich zuversichtlich, dass es beim 17. Mal jetzt tatsächlich klappt? Das ist doch nicht das scheiß 17. Mal, Alter. Wir haben ein Schiff übernommen irgendwo in Frankreich. Das ist das dritte Mal hier. So, dafür haben wir ganz gut geschraubt. Und probegefahren sind wir auch. Wir sind der Meinung, dass wir das jetzt alles machen können. Und jetzt geht's einfach los. 340 Seemeilen bis ins norddeutsche Büsum. Zwei Tage sind für die Überführung geplant. Beim Ablegen bekommt das Team noch einmal Unterstützung. Vom früheren Kapitän der Hinder. Nach wie vor hat einer der beiden Motoren Wasser im Öl. Noch einmal tauscht das Team die trübe Suppe aus. Der Rest ist Gottvertrauen. Kapitän Philipp hat das Ding fünf Jahre lang benutzt mit genau dem Fehler, dass er Wasser ins Öl bekommen hat. Wir gehen davon aus, dass das einfach hält und fangen jetzt an, die Kiste zu überführen. Für Philipp ist es die letzte Fahrt mit seiner Hinder. Der Typ, der hat das Tod verhofft. Noch bis zur Tankstelle wird er die Crew begleiten. Ab dann ist sie ganz auf sich allein gestellt. Einmal volltanken und dann raus aufs Meer. Zumindest ersteres sollte machbar sein. 1800 Liter Sprit passen in die beiden Tanks. Theoretisch. Das Problem ist, glaube ich, das Gefälle. Drückst du mal ganz durch? Drück ich. Und rastet nicht mal ein, oder? Ne, spreng nicht ab. Ich nehm den Druck weg. Ich nehm da zu viel Druck drauf. Da hilft offenbar nur konsequente Entschleunigung. Sieben Sekunden, ein Liter. Alter, wir haben halb zehn. Wir haben noch nicht mal halb getankt. Alter, kommen wir hier schon direkt wieder zum Mittagessen. Ich würde jetzt sagen, den machen wir voll. Nix. Wir machen das jetzt voll. Wir fahren voll weg. So verrinnt Liter um Liter und Minute um Minute. Geil, ne? Hängen wir den ganzen Tag rum, ey. Was hast du heute gemacht? Oh, ich hab getankt. Was ne Scheiße. Was ist denn mit so einem Kinkerlitzchenschlauch, Alter? Das passt doch auch für so ein drei Liter Polo oder sowas. Das Einzige, was hier wirklich schnell läuft, ist meine Zeit. Das dauert hier seine Zeit. Alter, ich dreh durch, ey. Weißt du, besitzt denn hier den dritten Tag? Ah. Was will er? Da oben ist noch ein Schraubendreher auf dem Dach. Was? Siehst du ihn? Ja. Olaf, ey. Was? Thank you. You're welcome. Ja, den hätte ich jetzt schön gesucht hier. Knapp eine Stunde später ist der Sprit an Bord und die Überfahrt kann endlich starten. Mike besitzt ein Bootspatent. Er wurde von Michael extra angeheuert, um die betagte Hinder übers offene Meer nach Büsum zu bringen. Irgendwie. Alter, Katastrophe. Was kann denn passieren? Was kann denn passieren? Das Schiff kann sinken. So eine schwachsinnige Scheißfrage. Was kann denn passieren mit dem alten Mülleimer? Alles kann passieren. Die erste Etappe der geplanten Zwei-Tages-Reise soll ins niederländische Denhelder führen. Auf halber Strecke nach Büsum. Keine Kaffeefahrt, sondern selbstverständlich Arbeitszeit. Egal wie die Bedingungen auch sind, jeder an Bord muss liefern. Ohne Ausnahme. Beruhigt sich das mit dem Wellen, der mit dem Hin- und Her-Schwecken eigentlich? Ich finde das hier nicht schön. Ist das schön? Ja. Ja, ich meine, wenn ich die Wellen hier so sehe, sie sind ja nicht allzu hoch. Wir kippeln ja trotzdem hin und her. Alter, du bist ja bis jetzt nur mit der Rheinfähre gefahren. Wir kippeln doch nicht hin und her. Was meinst du, warum die ganzen Lepdance-Bars hier drin sind? Damit irgendeiner nackt tanzt? Wenn das hier abgeht, dann geht das hier richtig ab. Die Nordsee hat das Problem, dass die ganz flach ist. Das bedeutet, die Wellen sind kurz. Und das bedeutet, dass du mit diesem Schiff praktisch die ganze Zeit rauf und runter fährst. Die Wellenhöhe gibt es im Mittelmeer natürlich auch. Mittelmeer ist viel tiefer. Die Welle ist dann irgendwie 100 Meter auseinander. Und das bedeutet, dass das Schiff langsam rauf und runter geht. Nichts, was dich irgendwie stört. Ein Erlebnis für alle Sinne. Ob man will oder nicht. Beruhigend, wenn man in solchen Situationen höchster Not immer jemanden an seiner Seite weiß. Jetzt hatte ich natürlich einmal die Möglichkeit, den Kameramann zu filmen, weil es ihm wirklich schlecht geht. Weil der Kameramann normalerweise nur mich filmt, wenn es mir richtig schlecht geht. Ich sag dir aber, wenn das jetzt so was Schlimmes ist, wenn das schlimm wird, haben die Leute den Drang, ins Wasser zu springen. Gabor begleitet die Steel Buddys seit mittlerweile fünf Jahren. Sein Ausfall wäre ein herber Verlust. Dass der uns nicht da reinspringt. Hauptsache, es ist immer jemand da, bei dem man Verständnis und Halt findet. Und sei es nur die Rehling. Du fängst ja nicht an, irgendeinen Typen jetzt das Köpf hinzuhalten, weil der ein bisschen kotzt. Wie soll er sich denn dann fühlen? Das ist ja noch furchtbarer. Das ist ja eine totale Degradierung. Dir als Kerl ist schlecht, also hältst du dich gefälligst da hinten fest und kotzt dich leer. Besser hinten raus als ins Cockpit. Alles in Ordnung. Musik